Ich lerne Deutsch. Nummer 15.096 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir führen einen Sehtest durch, um die richtige Brillenstärke zu ermitteln. Wir führen einen Sehtest durch, um die richtige Brillenstärke zu ermitteln. Wir führen einen Sehtest durch, um die richtige Brillenstärke zu ermitteln. Influencer können mit ihren Inhalten gesellschaftliche und politische Debatten anstoßen. Influencer können mit ihren Inhalten gesellschaftliche und politische Debatten anstoßen. Lars ist wieder aufgewacht. Er kann sich wieder auf den Unterricht konzentrieren. Lars ist wieder aufgewacht. Er kann sich wieder auf den Unterricht konzentrieren. Das Wort friedlich beschreibt einen Zustand des Friedens und der Ruhe, in dem keine Konflikte, Gewalt oder Unruhe herrschen. Du bist endlich wieder aus der Reha zurück, und wir sind wieder gemeinsam zu Hause. Kann mir jemand von euch das Ergebnis sagen? Seit Stunden warten wir auf unseren Flug. Meine Frau schläft schon. Seit Stunden warten wir auf unseren Flug. Meine Frau schläft schon. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. und bin ichibaka. Und gib uns bitte etwas.